So, wir waren hier stehen geblieben beim letzten Mal und haben uns sowas von dreckig darüber geärgert, wie dieser Kerl uns einfach so links neben sich liegen lassen hat, aber uns schreckt das nicht ab. Achtung, jetzt fange ich wieder an Tüttel zu bauen. Ah nein, mache ich nicht. Aber der Kerl, der ist wieder mal übelst gut. Oh, was habe ich gerade gesagt? Nie im Leben, ist ja gut. Ah, 34 Schaden, ja, ja. Mal sehen, wie sich dieses Spiel noch weiterentwickelt. Also dieses Level hat mir das letzte Mal richtig viel Spaß gemacht. Aus einer Weise mal, weil ich auch mal verlieren wollte. Ja, was? Äh! Äh! Wo bin ich? Stehe ich überhaupt noch? Was ist denn los hier? Äh, was äußerst schade ist, also ich finde es zumindest schade, ich schwebe gerade in der Luft, fällt mir auf, ist, dass man immer so einen kleinen Kreis hat, an dem man sich orientieren kann. Also im Vergleich zum letzten Spiel war das jetzt eine Bombenleistung, ähm, jetzt weiß ich nicht, geht es hier weiter? Ja, Volk Nummer 10. Baboom! Jetzt staunst er! Hä? Äh, der hat etwas mehr Leben, ist eine Granitkanone, so wie ich das sehe, und, oder ist es Porzellan? Oder eine Silberkanone, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er nicht gerade besonders davon erfreut, uns hier zu sehen und, und will unseren Boten wieder sofort zurückschicken. Oh, das wär schön daneben gegangen... Äh! 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 Fuck it! Mann! Aber was du kannst, das können wir auch, nicht? Haha! Und zwar besser noch... Wir treffen nämlich doppelt! Was triffst du? Du triffst gar nichts, du kleiner... Du kleiner... Du kleiner Kerl, du... Du süßer! Der trifft mal gar nichts! Ja, jetzt muss er aber wenigstens mal sinken, oder? Das gibt's doch nicht. Jetzt fräsen die sich da durch und alles, was sie treffen, ist nix. Jetzt sinkt er. Nicht schlecht. Oh, das gibt nix. Was zum Geier? Ey, der Kerl wird mir echt zu gut. Nein! Dann haben wir da noch eins, ey. 73% Treffsicherheit, naja. Könnte besser sein. Diese Burg war's. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Wir wissen ja, wo wir starten müssen. Wir waren ungefähr... Hier, glaub ich, war's. Ja, das war ein ganz guter Treffer. So, jetzt bist du blind wieder mal. Öh? Hat mich jetzt nicht im Ernst getroffen. 15 und 12. Welcher von diesen dreien ist denn jetzt eigentlich derjenige, der trifft? Ah ja, der. Der mittlere. Der mittlere ist der, der normal fliegt. Und die zwei äußeren kommen noch dazu. Ist ganz... Ah, jetzt bin ich verrutscht. Scheiße. Ähm, so machen wir's. Bam, badadam. Vorhin habe ich versucht, Slender wieder aufzunehmen. Mal wieder. Und da ist mir echt aufgefallen, dass... Das Phänomen, was bei mir mit Assassin's Creed war, dass der Sound vom Spiel schneller... Also, dass die Spielhandlung schneller war, wie der... Wie mein Kommentar. Ist bei dieser Aufnahme gerade umgedreht worden, sodass die... Äh, sodass meine Stimme... Schneller war wie die Aufnahme. Also, ich weiß nicht, was bei mir los ist. Auf jeden Fall ist irgendetwas schiefgegangen. Ich bin auf dem besten Weg, um's zu korrigieren. Oh, das wisst ihr ja schon längst. Warum kommt die Burg Nummer 9 vor der Burg Nummer 10? Ähm, soll ich mal verstehen, wer will? Ich versteh's nicht. Oh, boom. 25. Naja, könnte besser sein. Ah, jetzt... Boah, jetzt feuert der ab. Und für das Vieren kann ich sie nicht lassen. Scheiße. Aber die... Triple Bomber, die hebe ich mir für den anderen auf. Jetzt kommt erst mal der dran. So, boom. 28. Der Wert wird immer höher. Jetzt hat er noch ungefähr 15 Leben. Naja, wird er sich nicht sonderlich rentieren. Bam, jetzt staunt er. So, und jetzt machen wir's. Ui. Jetzt gibt er aber... Ah, nee, das ist immer noch fail, ey. Scheiße, das tat weh, das tat weh, das tat so was von zackisch weh. Wir können ihn auch. Meister. Buff, 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 boom. Yes, ey, rock. Das rockt, man. 100%ige Drehsicherheit. Wow. Das kann man sich öfter sehen lassen. Burg Nummer 7? Also, äh, sorry, wenn das jetzt wirklich so ist. Aber ich blicke echt nicht durch, wie die, die Burgen da gemacht haben. Tut mir leid, wenn das sowieso ist, aber... Was soll man machen? Das geht nun mal nicht anders. Bam, badadadadam. Bam, badadadadam. Ei, wir haben wieder unsere Lieblingswaffe. Das freut uns. Und der Kerl, der... Der putzt mich gerade sowas von an. Aber das kümmert uns den Scheißdreck. Buff, buff. Ah, einmal können wir noch. Einer geht noch. Ja, einer geht noch. Ja, einer geht noch rein. Yes. Ähm. Das kümmert uns den Scheißdreck, denn wir haben immer noch die Maus. Da, wo wir sie gehabt haben. Die Maus könnt ihr nicht sehen, das ist schade. Aber ich weiß nicht, wie man die Maus einschalten kann bei Camtasia. Mit der ich diese Aufnahmen auch mache. Jetzt lassen wir ihn mal selbst, dass sie so... Falls es noch dazu kommt. Ah ja, 13. 13 Punkte und dann rammen wir nochmal richtig rein. Da, buff. Ah, könnte besser sein. Muss aber nicht unbedingt. So, und was kommt jetzt? 36. Ah, nee, Nummer 8. Wo sind die gerade... Wo sind die... Wie sind die verteilt, ey? Würde mich mal interessieren. Kolonier, wer bist du? Ui, der... Der da, der komische Kerl, der gerade schießt. Der wird interessant. Freu mich schon richtig drauf. So, und jetzt kommt dieser dran. Jetzt... Kommen wir zweimal. Aha. Auf. Unser Liebling schießt wieder mal. So, da machen wir jetzt wieder den Triple. Äh, wie kommt der noch? So, kommt der hin. Ey, das war gar nicht mal so schlecht. Obwohl er eigentlich ja daneben gegangen ist. Aber das können wir jetzt... Ändern. Nämlich, wenn wir jetzt so schießen. Ah. Schießen wir mal da mit. Bum. Gestatten, ha, das helle Unterwelt. Wie geht's so stets? Du wirst jetzt gleich mit mir hineinkommen. In die... Hell. So, jetzt machen wir mal wieder da oben weiter. Die Burg Nummer 20. Ähm. Yo. Warte, nee, machen wir. Machen wir doch n' anderes.